Boah, Leute, heute machen wir was ultra cooles, denn einer von uns, sechs, wird eine Spinne. Oh, ich mein fünf. Und der ist dann die böse Spinne und muss uns alle aufessen. Das wird jetzt richtig spannend. Wer wird die Spinne? Oh nein, das Fangirl wird die Spinne. Zum Glück ist es nicht Odi geworden. Und jetzt müssen wir uns verstecken. Oh, Odi? Brexia? Das Fangirl ist die Spinne geworden. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Oh Mann, ich dachte aber kurz, du wärst geworden. Wir müssen uns verstecken vor der blöden Spinne. Du hast recht, Brexie, komm schon. Wir müssen jetzt hier rein und dann müssen wir hier rein. Was ist denn hier? Die Spinne kommt gleich, Brexie. Ich hab eine Batterie aufgesammelt. Wo brauchen wir die? Hier. Weiß ich nicht, was ist das denn? Open Prom Bonka. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. Du hast recht, Brexie, aber wo? Hä? Ich glaube... Oh, die Spinne! Oh nein, die Fangirlspinne kommt, die Fangirlspinne kommt! Das ist nach hinten, geh nach hinten. Ich bin... Ich komm nach hinten, ich komm nach hinten, Brexie. Wo bist du? Aber ich bin beim Bunker. Aber uns fehlt ein grüner Schlüssel. Ich hab die Batterie. Wo muss die denn rein? Ich glaub... Ah, da rein! Wir brauchen den kühnen Schlüssel, Brexie. Hm? Unbedingt! Bist du tot? Nein, die Spinne ist hier bei mir gewesen. Wo denn? Wo denn? Hinten Richtung Bunker. Wir müssen nach oben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Was ist denn oben? Wir brauchen doch hier irgendwo einen Schlüssel. Der grüne Schlüssel. Und hier brauchen wir eine Leiter, Brexie. Haben die keinen Schlüssel? Die hat doch eine Brechstange! Oh, die hat eine Brechstange in der Hand! Herrlich! Wir müssen da rein, weil die eine Brechstange hat. Mann, die macht aber nicht auf! Oh, das blöde Fangirl! Oh Mann, ey! Können wir hier in der Küche vielleicht was holen? Nein! Oh, oh! Die Spinne hat alle Eingänge vollgespuckt! Oh, sie ist bei mir, Odi! Wo bist du denn? Ich habe einen Schlüssel, aber... Oh, ich habe sie gerade da hinten gesehen! Oh, Odi, kommt, die kommt, die kommt! Die sind rein, die sind drin, die sind drin! Die haben den grünen Schlüssel! Sie hat den grünen Schlüssel, Brexie! Hier ist der blaue, ich habe den blauen! Okay, nimm ihn mit, nimm ihn mit! Ah! Die Spinne, Odi! Odi! Oh, ne! Oh, Brexie! Schnell! Schnell! Oh, nein! Was soll ich denn machen? Oh, Mann! Oh, sie hat überlegen gespuckt, Brexie! Bist du noch da? Nein, ich kann sie nur zuschauen! Oh, 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 oh! Die Spinne kommt! Oh, oh, oh! Nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein! Ich renne weg einfach! Hä? Ist die blöd, die Spinne? Odi, du musst aufpassen, sie kann springen! Ich habe es da reingemacht! Sie hat die Brechstange! Tschüss, du blöde Spinne! Wir brauchen aber die Brechstange! Los, hoch, hoch, hoch! Oh, Mann, Brexie, können wir dich irgendwie wiederholen? Nicht schlimm, überlebt das einfach! Noch sieben Minuten! Du hast recht, Brexie! Für meinen Freund Brexie schaffen wir das, Leute! Jetzt muss sie hier aufmachen! Los, 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 los! Mach auf! Hat sie die Brechstange? Ja, sehr gut! Jetzt brauchen wir den braunen Schlüssel, Brexie! Wo ist aber der braune Schlüssel? Weiß ich nicht! Nein, nein! Oh, Mann! Brexie, helf mir dir! Okay, Odi, ich hoffe, ich bin nicht die Spinne, sondern du! Nein, 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 nein! Ich will nicht die Spinne sein! Spinnen machen mir Angst und sind ekelig! Die ist an meiner Finger gewesen, die Spinne! Oh, bitte! Ja, ja, ja! Oh, das Fangirl ist die Spinne, Brexie! Wir müssen, wir müssen sie entkommen! Mhm! Das schaffen wir, oder? Sowas von! Na los, na los, na los! Ach, komm schon, Brexie! Stimmt ab! Aber es fehlt einer zum Abstimmen! Och, Mann, ey! Jetzt! Okay, Brexie, wir müssen ins Haus! Äh, mach die Tür auf! Hab sie aufgemacht! Okay, wir brauchen... Wir müssen nach oben! Wir brauchen den blauen Schlüssel und den grünen Schlüssel! Und die Leiter! Er hat irgendwas genommen! Was ist denn der blaue Schlüssel? Hm, das ist eine gute Frage! Ich hab die Leiter, Brexie! Äh, so! Oh, oh, draußen... Draußen ist irgendwas! Und weißt du, was das ist? Das Fangirl als Spinne! Genau! Och, Mann, ey! Okay, hier oben ist C4, Brexie! Sie ist drin, Odie! Sie ist drin! Das ist schon kein Problem, Brexie! Ich hab C4! Kann die damit explodieren lassen, glaub ich! Ist sie? Sie ist an der Treppe, pass auf! An der Treppe? Ich bin draußen! Habt ihr schon die Sachen? Hm, hm! Oh, Mann, ja! Wir brauchen... Äh, er hat einen Schlüssel! Den roten Schlüssel! Ich hab auch einen Schlüssel! Hier, Brexie! Hier ist der blaue Schlüssel! Jetzt müssen wir nach oben! Aber sie ist oben! Sie hat Spinnennetz vorne gemacht! Wir können da nicht hoch! Ich mach C4 hier hin! Kann ich das? Ah, Odie, sie ist da! Sie ist da, Odie! Ich kann kein C4 platzieren! Wo muss ich das denn platzieren? Weiß ich nicht, Odie! Pass auf! Ah! Natürlich, sie hat das genau an der Tür gemacht! Kann ich das hier irgendwo hin platzieren? An den Bunker? Ja, ja, kann ich! An den Bunker! Boom! Der Bunker ist auf den Brexie! Oh, hier sind Laserstrahlen! Ja, wir brauchen einen Schraubenschlüssel! Ich hab einen... Achso, nee, ich hab einen braunen Schlüssel! Den braunen... Mhm! Orangener Schlüssel! Nee, einen orangenen! Orange ist oben, Brexie! Hier ist eine Brechstange! Ja! Ich hab die Brechstange! Die blöde Spinne hin! Komm mit, komm mit! Wir müssen hoch! Die Spinne ist hier hinten! Oh, sie kommt! Sie kommt! Hier, hier! Lauf im Kreis, lauf im Kreis! Komm mit, komm mit, komm mit, Brexie! Weil dann können wir sie betäuben! Pass auf! Nein! Oh! Kann ich dich retten? Nein, nein, nein! Lauf, einfach, lauf, einfach, lauf, 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 lauf! Nein! Unser Freund, unser Freund hier! Lauf, Brexie, komm! Und einmal hier! Bam! Mach auf, mach auf, mach auf! Hab aufgemacht! Können wir hier rauslaufen? Spraydose, nimm die Spraydose mit! Okay, hab sie! Damit können wir jetzt die, äh, ansprühen! Oh, oh! Die Spinne war gerade hier vor, vor der Haustür! Ich hab sie doch! Nein! Nein! Ach, Brexie! Ich hatte doch die Spraydose! Hast du sie nicht angesprüht, du Doofkopf? Oh, verflucht und zugenäht! Ich hab sie angesprüht! Sie ist oben, Odi, pass auf! Ja, aber ich brauch den Schraubenschlüssel erst mal, Brexie! Ist er denn? Ja, gute Frage! Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel, wo ist der Schraubenschlüssel? Hat er vielleicht den Schraubenschlüssel? Er hat den Schraubenschlüssel, Brexie! Er hat hier aber irgendwas rausgeholt! Den goldenen Schlüssel, brauchen wir den? Ja, bestimmt, der ist gold! Hier unten, glaub ich! Warte! Okay, hier ist offen! Er hat die Batteriezelle! Und hier ist dann... Sehr gut! Der Zell, der Schlüssel, Brexie! Auf die Spinne war draußen! Kann ich? Wir können... Wir haben's geschafft! Die blöde Spinne! Hol uns doch, blöde Spinne! Die kann die Tür nicht aufmachen, die doofe Spinne! Pass auf, Odi, lauf einfach raus! Komm doch, du doofe Spinne! Die blöde Spinne! Die blöde Spinne! Schafft, Brexie! Odi, die Spinne entscheidet gleich, wer von uns der Böse ist! Oh nein, Brexie, ich hoffe nicht ich! Ich hoffe ich auch nicht, aber bitte nicht ich! Er verwandelt sich jetzt zu Spider-Man! Oh nein, was passiert mit ihm? Oh nein, wir müssten gleich von ihm abhauen, Udi. Oh Mann, ey, komm schon, Briggs, hier. Und deshalb ziehst du niemals an deinem Finger des Mannes. Oh, Opi, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt wirklich zu Udi. Du bist ein sehr gutes Kind. Ich bin stolz auf dich, mein Enkel. Oh Mann, verflucht. Udi ist alleine. Hast du Hunger? Ich sterbe für Hunger. Ich habe keinen Hunger, hier treibt sich ein Wesen. Was für ein Wesen denn? Da kommt doch gar nichts. Oh Mann, was war das für ein Geräusch? Ach, es gibt so eine kleine Geschichte über eine Spinne. Aber das ist nichts, Briggsie, das ist ein kleines Tier. Wohin gehst du denn jetzt? Ich komme gleich wieder. Du kannst mich doch nicht hier allein lassen. Doch, doch. Oh, was passiert mit mir? Lauf, eine Spinne! Opi! Oh, nein! Leute, Odi, mein Opi wurde von der Spinne gegessen. Wir müssen schnell einen Ausweg finden. Na los, Briggsie, wir brauchen ein paar Sachen. Okay, was brauchen wir zuerst, Odi? Lass uns alle Räume durchsuchen, was Opi hier alles hatte. Na los, na los, na los! Okay, ich finde hier aber erstmal nichts. Vielleicht hat er hier irgendwo einen Brief hinterlassen, was wir machen können. Oder ein Telefon, damit wir die Polizei rufen. Ich habe einen grünen Schlüssel gefunden. Ich habe, glaube ich, da draußen was gesehen, Briggsie, hier. Was denn? Hier, grüner Schlüssel, komm mit! Wir müssen den Schuppen aufmachen, weil hier ist der Ausgang. Komm schon, mach auf! Dann brauchen wir eine Batterie. Sie hat die Batterie. Sie hat die Batterie. Sehr gut. Okay, Briggsie. Wir müssen jetzt weiter die Häuser durchsuchen. Ähm, wollen wir mal in den Dachboden... Lass die Späne! Komm, schnell rein, schnell rein! Ach, die Türen zu! Oh Mann, die hat die Tür vor meiner Nase zugeknallt, das blöde Fangirl. Oh Mann, die ist echt blöd, das blöde Fangirl. Leute, das blöde Fangirl verfolgt uns die ganze Zeit. Das ist ein verrücktes Mädchen. Was haben wir hier gefunden? Hier ist eine Leiter! Ich hab einen Schlüssel. Einen Schlüssel? Was für einen Schlüssel hast du denn? Einen Schraubschlüssel, du blöd Mann! Okay, und was sollen wir damit machen? Hier ist ein blauer Schlüssel, Odi! Den brauchen wir nicht, Briggsie. Warum denn? Wir brauchen den orangenen Schlüssel! Wo kriegen wir denn einen orangenen Schlüssel her? Ich glaub von unten, oder? Okay, dann lass uns nach unten gehen, aber sei vorsichtig. Hier, 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 bei mir! Wo bist du denn? Oben oder unten? Unten? Warte, ich bring's dir! Weil in dem Tresor ist bestimmt ne Waffe drin! Okay, ich geh wieder hoch zum Tresor! Ja, komm, ich bin hier! Oh, wir haben noch acht Minuten und dann kommt die Polizei, Odi! Komm schon, ich mach auf! Ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da, mach auf! Boom! Das ist ein Insektenspray für Spinnen! Boah, wie cool! Dann können wir ihn kaputt machen, den blöden, die blöde Dingsspinne! Mach die Tür auf, lass ihn zerspray! Oh nein, ich hab's schon ausgelöst! Geh hin! Oh, du blöd Mann! Nein, Bransi! Nein, nein! Hilf mir! Nein! Bitte, bitte! Da ist die Spinne! Komm schnell, lauf, lauf! Die Spinne ist hinter dir, Odi! Komm hoch! Hoch! Okay, wir springen gleich hier runter, wir springen gleich hier runter, komm! Hier, hier, hier! Kommt er die Leiter hoch? Nee, er kommt nicht! Doch, er kommt! Er kommt! Warte, nicht runterspringen! Er wollte da, dass du runterspringst! Hm, hm, er sieht mich gar nicht, der blöd Mann! Willi, sieht er dich? Odi, sei bitte vorsichtig, er kommt, er kommt! Odi, bitte lauf! Ausgedrängst! Komm nach oben, schnell! Ich komm schon! Warte, warte, er wartet da unten auf uns! Er will, dass wir hier runterspringen! Hä? Hä? Er geht da hinten rein! Los, jetzt hier runter! Er ist hier, er ist hier! Ich geh runter! Wo bist du, Odi? Ich bin durchgelandet! Nein, 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 nein! Ich mach die Türen zu! Braxy, helf mir! Komm schon! Wir wollen jetzt den Lila-Schlüssel! Ah, Odi! Odi! Ich schütze dich, Braxy! Komm her! Ich hab, äh, gar nichts! Den Lila-Schlüssel, wir müssen sie beschützen, das Fangirl! Du hast recht, Braxy! Oh, die Tür ist offen! Er kommt, er kommt, er kommt! Oh, die Tür ist offen, Braxy! Lauf, lauf, Odi, lauf erst mal! Nein, Braxy, nein! Lass Odi in Ruhe! Du hast mein Leben gerettet, Braxy! Komm, wir müssen schnell reingehen, schnell reingehen! Er kämpft jetzt die Tür ab, wir müssen da durch! Okay, wir haben ein Problem, Odi! Such nach einem Telefon! Vielleicht finden wir ein Telefon! Du hast recht, Braxy! Wir haben noch sechs Minuten! Komm schon! Ich schau hier nach! Okay, Leute! Ich brauch jetzt wirklich deine Hilfe! Wir müssen gemeinsam schauen, ob wir ein Telefon finden, okay? Schaut genau in diesem Raum rein! Wenn ihr hier irgendwo ein Telefon seht, müsst ihr mir sofort Bescheid geben! Braxy, komm mal hoch zum Dachboden! Okay! Ich hab hier einen Mythos gefunden! Schau mal! Hier steht, die liegen falsch! Schau mal, hier steht, Braxy, ein Holzfäller wird verrückt! Und hier steht als Titelbild, ein Holzfäller... Ah, Spinne! Nein, Odi! Springen, mach Spray, mach irgendwas! Kann ich nicht, Odi, kann ich nicht! Odi, er hat mich gefressen! Oh nein, Braxy, was mach ich denn jetzt? Ich schau dir zu, Odi! Okay, hast du gehört, das Mythos besagt, dass... Dass ein... 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 Oh nein, Odi! Spinne! Spinne! Lauf! Geh in den Bunker rein, geh in den Bunker rein! Hast du das gesehen? Da ist ein Holzfäller, der anscheinend verrückt geworden ist und er hat seine Frau umgebracht, aber das ist eine Lüge! Das war die Spinne! Der Holzfäller ist mein Opi, du Blödmann! Stimmt, Braxy! Was ist hier? Die wollten ihn reinlegen! Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, Odi! Du musst... Du musst noch alle Türen durchsuchen, okay? Okay, ich hab Pfefferspray! Oh Mann, ey! Warte, Odi! Geh mal in den Raum rechts, du weißt doch, wo du draußen im Garten bist! Was ist das denn? Raum rechts, wo draußen im Garten ist? Ich weiß nicht! It's real! Das heißt, es ist wahr, aber da seh ich nix! Nimm deinen Insektenspray in die Hand! Hab ich! Okay, jetzt geh... Wo ist die blöde Spinne? Geh nach draußen! Ja, ich kann nicht! Er hat überall Fallen platziert, du kannst nicht mehr... Doch, da! Und jetzt? Geh nach rechts und schau, was du in diesem Gebäude findest! Denkst du, da ist irgendwas? Ich hoffe mal, wir brauchen ein Walkie-Talkie oder so! Nein! Warte mal, was ist, wenn die Fanguids alle Walkie-Talkies mitgenommen haben? Meinst du? Könnte doch sein! Ich versteck mich jetzt hier! Okay, folg mal dieser Kabelspur, Odi! Okay, das Kabel kommt von hier, darüber, hierhin, zum Schuppen! Und dann geht's nach draußen! Zum Bunker! Hm! Sieht sehr, sehr gefährlich aus! Naja, Odi... Warte mal, warte mal! Schau mal! Lauren! Lauren! Das ist doch deine Oma! Oh nein! Das heißt, die hatten recht! Odi, sieh sofort zu, dass du da rauskommst! Oh nein! Komm schon, Rexi! Ich helb! Das вел mesure, ich helb! Was ist denkbar, was ist wirklich parentrag Weichenlove oder das Bewert, Aber warte mal, was wirdπεppe von hierher! Awbas!